Ja Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und wieder einmal zu einer Map-Vorstellung. Heute schauen wir uns eine Karte an, die der ein oder andere jetzt sicherlich schon erkennt, und zwar die Old Stream Farm, die es jetzt für PC und die Konsole zum Download gibt. Die Karte ist in der Version 1.0 verfügbar und der Download-Link dazu kommt in meine Videobeschreibung. Old Stream Farm, wir kennen sie, viele kennen sie, viele haben darauf gewartet, sicherlich, dass sie endlich in den LS22 kommt. Der Modder hat sich dahinter gehängt und sie ist jetzt veröffentlicht worden, eben in einer ersten Version, in der Version 1.0, wie erwähnt. Also so weit, so gut. Wenn wir uns die PDA-Übersichtskarte anschauen, dann sehen wir schon, es hat sich zum 19. nicht allzu viel geändert. Also sie wurde wieder so aufgebaut, beziehungsweise wieder so fertig gemacht für den LS22, wie sie im 19. ungefähr war. Das Feld 27 ist mir aufgefallen, das ist glaube ich neu dazugekommen, da war vorher ein Wald und so eine kleine Brücke hier rüber. Das war ein bisschen anders, aber ansonsten der erste Überblick, beziehungsweise der erste Eindruck, den ich gehabt habe, beziehungsweise beim ersten Überflug, hätte ich gesagt, sie ist nahezu gleich geblieben. So weit, so gut. Wir befinden uns eben auf unserem Haupthof hier, wo Kühe, Hühner, Schweine und Schafe mit drauf sind. Wir haben ein Farmhaus mit dabei, eine Werkstatt, einen Silo, eine Siloanlage. Die Stallanlagen sind keine Standard-Dierstelle, die sind alle umgebaut, beziehungsweise eben in diesem Design der Karte aufgebaut. Startfahrzeuge sind ebenfalls schon mit dabei, wie wir hier sehen können. Natürlich geht es dann hier hoch zum Fahrzeughändler, nebendran noch Produktionsstätte, Bäckerei. Es sind, glaube ich, soweit ich das auch überblicken konnte, fast alle Produktionen vom LS22 hier mit verbaut. Wir haben auch ein Zugnetz, das wir verwenden können. Man sieht es auch, da können wir auch einsteigen, den können wir auch verwenden, um hier bei der Abladestelle Ortenburg, die ist auch hier oben, glaube ich, noch einmal, jawohl, da können wir eben mit dem Zug verkaufen. Dann haben wir nebendran eine Tankstelle, hier können wir einen Zug mieten, Getreidemühle als Abladestelle, beziehungsweise eben nicht Abladestelle, Produktionsstätte, Viehhandel als Abladestelle und der Viehhandel natürlich für den Viehmarkt. Es geht weiter hier drüben, da haben wir ebenfalls einige Abladestellen, das ist so ein kleines Recyclingcenter, wo auch eine Kalkstation noch mit dabei ist, hier unten noch das Sägewerk mit einer Schreinerei. Und ebenfalls können wir hier wieder einen Zug mieten. Hier drüben haben wir die Zuckerfabrik und gegenüberliegend der Zuckerfabrik, also hier, hier erkennt man es ein bisschen, ist die Biogasanlage. Da sind hier unten zwei Keilsilos, glaube ich, und hier oben, das ist eben auf zwei Ebenen aufgebaut, ist die Biogasanlage. Schauen wir uns dann natürlich noch an. Auch hier noch im Dorf verschiedene Abladestellen, verschiedene Produktionsstätten natürlich, auch hier unten wieder, hier können wir wieder einen Zug mieten und hier eben wieder einen Silo noch mit dazu. Ebenso ist hier noch die Molkerei mit dabei, hier oben noch einmal einen Getreidespeicher, was eine Abladestelle ist und hier noch einmal die Abladestelle, die zweite Abladestelle Ortenburg, wo wir dann eben mit dem Zug verschiedenste Güter auch verkaufen können. Man sieht Feldgröße und Feldform, glaube ich, recht gut. Wir haben 54, nein 59 Felder, 60 Felder sogar, jawohl, jetzt haben wir 60 Felder an der Zahl eben in den verschiedensten Formen und Größen, wie wir sehen können. Also da ist schon einmal für jeden was dabei, wer lieber rechteckige Felder hier haben will oder eben so richtig natürlich angelegte Felder. Hier ist wirklich eine gute Mischung. Wenn wir die DAS-DX drücken, sehen wir schon, uns gehört schon einiges, also wenn wir auf Neuer Farmer spielen, auf der leichtesten Spielvariante, dann gehört uns eben unser Haupthof, der eben Feld 1 hier beinhaltet, das Feld 2 gehört uns ebenfalls schon und dann gehören uns soweit eben die Straßennetze, diverse Abladestellen und so weiter, das gehört schon alles uns. Biogasanlage können wir hier separat natürlich kaufen, kostet 164.000 Euro, die Forstgebiete natürlich auch, das geht alles einzeln. Generell sind eigentlich die Parzellen fast alle kaufbar. Hier haben wir eine Parzelle, die nicht kaufbar ist, aber die liegt wahrscheinlich schon außerhalb des Kartenrandes. Die Mapgrenze verläuft, wie wir sehen können, eigentlich hier entlang der Zugstrecke, kann man eigentlich fast sagen. Hier weicht sie ein bisschen ab, aber ansonsten hier Fluss, Zugstrecke, das ist dann eben die Mapgrenze. Ansonsten eben von den Feldern her, von den Preisen her, soweit eigentlich recht normal. Wenn wir ganz kurz in unsere Garage schauen, dann haben wir auch hier drinnen schon schöne Geräte. Wir haben hier einen Fendt Favorit 511, dann einen John Deere haben wir hier mit dabei, den Topliner von der Firma Deutz natürlich ist mit dabei mit einer Arbeitsbreite von 6 Metern, ein Frontlader, ein kleiner Schäfer ist hier mit am Start, Auto, Anhänger haben wir einen Glas mit dabei, einen kleinen Pfluggruppa und Seetechnik, alles noch die kleinsten Geräte, also mit einer Arbeitsbreite von 3 Metern ungefähr. Frontladerwerkzeuge haben wir hier schon, eine Universalschaufel ist natürlich kombiniert mit diesem Frontlader, da wir eben einen Frontlader benötigen für die Kühe, weil da müssen wir den Stall ausmisten. Ebenso haben wir noch einen Transportanhänger natürlich für das Schneidwerk und dann haben wir zwei Gewichte. So weit, so gut, ich würde sagen, wir starten einmal rein. Ich blende euch noch ganz kurz die FPS-Anzeige ein, unten die kleine PDA-Übersichtskarte ist ja schon eingeblendet und wir fangen hier an, ich glaube, dieses Gebäude ist auf dieser Karte wirklich das Gebäude, das sie einzigartig macht, beziehungsweise das sie wiedererkennbar macht. Also dieses Gebäude mit diesem Einfahrtstor hier, das kennt man von der Old Street Farm und da wurde natürlich auch dieses Mal wieder hier mit angeschlossen. Wir können hier natürlich auch in das Haus sogar mit reingehen, also wir können hier dann ganz normal den Kleiderschrank beispielsweise öffnen, also das funktioniert alles einwandfrei, wenn wir hier ein bisschen uns bewegen können. Hier können wir dann schlafen gehen, also so weit, so in Ordnung. Auch hier können wir überall die Tore öffnen, wir können hier rausgehen, auch hier direkt in die Werkstatt reinfahren und hier haben wir dann den Werkstatt-Trigger. Hier haben wir dann die Hühner, also ein kleiner Hühnerstall, auch natürlich alles in diesem Stil der Karte. Gehen wir mal ein bisschen langsamer, dann geht das sicherlich um einiges besser. Hier spawren dann die Eier eben auf diesem kleinen Holzbrett hier. Hier können wir vermutlich den Tieren Wasser geben oder es ist eine normale Wasserentnahmestelle, das weiß ich jetzt nicht. Hinter dem Hühnerstall haben wir eine große Durchfahrhalle und nebendran ist dann gleich eben der Kuhstall. Hier ist eben die Kuhweide, die hier zum Kuhstall natürlich dazugehört. Wir können hier den Viehhändler öffnen beziehungsweise eben können auch hier das Tor natürlich öffnen, um dann mit dem Anhänger hier rückwärts ranzufahren und die Tiere zu ent- beziehungsweise beladen. Hier drinnen spielt sich dann das Ganze ab. Hier halten sich die Tiere eben auf. Hier können wir dann auch einstreuen und hier müssen wir auch ausmisten. Also wir müssen hier wirklich mit dem Frontlader beziehungsweise eben Telelader, wie auch immer, das Ganze hier ausmisten, beziehungsweise eben hier einmal durchschieben und hier vorne ist dann eben gleich der Mistplatz, den wir nutzen können, um dann unseren Mist hier zu lagern. Wenn wir noch einmal ganz kurz hier vorne rumgehen, hier können wir natürlich auch noch das Ganze öffnen zur Milchkammer, beziehungsweise eben, wo der Milchtank mit drinnen ist und hier haben wir dann die Möglichkeit, die Tiere zu füttern. Kannte man ja schon, ist soweit alles gleich geblieben. Wir haben dann hier eben die Möglichkeit, die Gülle hier abzuholen. Also das ist auch recht schön umgesetzt. Und gleich nebendran haben wir dann eben den Schweinestall. Auch in diesem typischen Stil hier, also mit diesen gemauerten Steinen, mit diesen Natursteinen. Also sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir können hier eben auch wieder das Tiermenü öffnen. Jawohl, also das funktioniert auch. Und natürlich, wenn wir weiter rangehen, können wir auch hier die Türen, beziehungsweise Tore hier öffnen. Also da können wir durchfahren. Das funktioniert alles einwandfrei. Die Tiere haben hier dann noch einen kleinen Auslauf und können natürlich auch drinnen hier verweilen. Wenn wir uns hier dann noch so umschauen, sehen wir, es sind viele, viele Deko-Objekte wieder mit am Hof eingezogen. Wir haben verschiedenste Unterstellmöglichkeiten, also offene Unterstellmöglichkeiten, ungeschlossene, höhere, größere Unterstellmöglichkeiten, wie wir es hier sehen können. Da können wir auch mit der Taste eher die Hallenbeleuchtung an- bzw. abschalten. Hier steht beispielsweise eben unser Mähdrescher mit drinnen. Wir haben dann hier noch einen Keil-Silo und hier oben noch Unterstellmöglichkeit, ebenso mit dabei, wie hier gesehen. Wir haben dann hier noch zwei Keil-Silos, ebenfalls hier hinten und hier eben den anderen Keil-Silo, den wir uns schon angeschaut haben. Wir gehen einmal ein Stück hier weiter, da haben wir ebenfalls noch einmal eine offene Unterstellmöglichkeit und dann hier, wo unser John Deere schon steht, haben wir eben unser Hof-Silo. Da können wir abkippen und wieder entnehmen, natürlich ganz normal. Hier sind dann die Silos mit untergebracht, hier drinnen in dieser kleinen Unterstellmöglichkeit bzw. eben in dieser kleinen Scheune. Ansonsten eben immer wieder Deko-Objekte, wie dieser alte Reifen, ein alter Strohballen hier oder Heuballen. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir kommen dann zu den nächsten Tieren, das sind dann die Schafe. Da wird vermutlich hier drinnen, jawohl, haben wir sogar das Symbol hier bzw. die Trigger-Markierung. Das waren dann die Schafwolle, also im Innenraum. Sehr, sehr realistisch das Ganze. Wir können auch hier direkt dann auf die Weide fahren. Die Tiere haben hier eine direkte Zugangsstelle zum Wasser, was auch sehr, sehr schön umgesetzt worden ist. Und hier können sie dann wirklich bis an die Straße hier ranlaufen. Also von dem her ist hier schon einmal Auslauffläche genügend. Wir haben dann hier die Möglichkeit, den Viehhändler zu öffnen und hier vorne eben die Tiere zu füttern. So weit, glaube ich, so gut. Wenn wir uns den Hof noch einmal von oben anschauen, also man erkennt ihn eben sofort wieder, wenn wir hier rüberfliegen. Es handelt sich eben um die Old Stream Farm bzw. um den Hof von der Old Stream Farm. Hier haben wir dann eben unseren Pickup, der hier steht, einige Deko-Objekte noch und hier können wir auch noch in unseren Hof hier reinfahren bzw. wir können ihn auch hier über diese Einfahrt natürlich wieder verlassen. Wir schauen uns einmal ein bisschen um. Wir folgen einmal der Straße hier Richtung Viehhändler. Da biegen wir hier einmal ab und gehen hier rauf Richtung Viehhändler an den Feldern hier vorbei, die natürlich hier leicht hügelig angelegt worden sind in den verschiedensten Formen. Auch die Häuser sehen sehr, sehr gut aus, sind sehr, sehr schön platziert. Auch hier haben wir noch kleinere Unterstellmöglichkeiten, die wir vielleicht nutzen können. Also von dem her auch recht schön gemacht. Wir haben dann hier den Fahrzeughändler, der hier mit angesiedelt worden ist. Hier sogar mit Lagersystem, Ersatzteillager. Also das wurde soweit wirklich, wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Also das gefällt mir richtig gut. Wir haben dann hier den Werkstatt-Trigger und hier drinnen im Gebäude an sich, da können wir natürlich reingehen, haben wir dann den Händler beziehungsweise eben das Händler-Symbol, wo wir dann den Händler aufrufen können. Wenn wir hier wieder rausgehen, haben wir hier noch viel freie Fläche, die wir vielleicht auch nutzen können. Also hier könnten wir theoretisch sogar was platzieren, weil das gehört schon uns, das ist kaufbar, also soweit so in Ordnung. Also hier könnte man noch Produktionen, kleinere Unterstellmöglichkeiten hinpacken, also was recht schön umgesetzt worden ist. Auch hier wurde das ganze Straßennetz ein bisschen abgeändert. Da können wir hier hinten jetzt rumfahren und hier ist dann noch ein kleiner Spielplatz, auch hier wieder ein bisschen Freifläche und hier schauen wir eben auf dieses freie Feld runter, das eben das Feld 27 ist, das eben meines Erachtens dazugekommen ist. Hier noch so Fütterdröge, alte Futterdröge, die wir natürlich nicht mehr benötigen. Das Tor hier können wir natürlich öffnen und wir können dann eben die Wiese hier nutzen. Also hier noch ein kleiner Weg, der hier runterführt. Hier verschiedenste kleinere Deko-Objekte, immer wieder so Halte, Holzstapel noch da und generell eben dann hier Forstgebiete. Schöne Forstgebiete, also wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Die ganzen Texturen hier am Boden, die Bodentexturen soweit, also wirklich riesengroßer Pluspunkt. Hier natürlich noch einmal an den Modder, der das hier umgesetzt hat. Hier so kleinere Waldwege, was eigentlich gar keine richtigen Waldwege sind. Es sind nur so offene Stellen, immer wieder einmal im Boden. Also von dem her schon sehr, sehr gut umgesetzt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen, da natürlich die Zeit läuft hier. Ich will die Karte natürlich euch so detailgetreu wie möglich zeigen, aber natürlich auch nicht allzu lange. Das Ganze soll das Ganze werden. Aber wir haben hier einmal die Möglichkeit, mit dem Zug natürlich dann zu verkaufen. Also das ist dann hier die Map-Grenze. Da kommt auch die unsichtbare Wand natürlich, die wir dann nicht platzieren können. Wir haben dann hier eine Tankstelle noch verbaut. Wir können hier den Zug mieten. Hier verschiedene Produktionsstätten und Abladestellen. Viehhändler hier oben, der auch als Abladestelle hier fungiert. Und natürlich hier den Viehhändler an sich. Also soweit, glaube ich, recht selbsterklärend. Wir folgen hier mal dem Bahnnetz und kommen dann eben zur nächsten Stadt. Wir haben hier auch den Zug natürlich, der hier durchfährt. Also von dem her auch das wurde sehr, sehr schön umgesetzt. Wir haben auch Autos, die hier rumfahren. Wieso das Ganze hier jetzt so langsam fährt, das wäre auch einmal interessant. Aber generell, glaube ich, ist der Verkehr relativ langsam noch unterwegs auf der Karte. Hier ist dann wieder Kartenende. Also der Wald hier hinten, der gehört nicht mehr zur Karte. Wir schauen einmal weiter, dass wir Richtung Biogasanlage dann kommen. Wir haben hier dann einmal verschiedenste Abladestellen beziehungsweise Produktionsstätten. Das ist eben die Holzindustrie, wo wir auch direkt eine Zuganbindung haben. Also auch hier haben wir noch einmal die Möglichkeit, den Zug hier sehr, sehr gut zu nutzen. Wir haben dann hier das Recycling Center, das ebenfalls eine Abladestelle natürlich ist. Gesteinsbrecher, Kalkstation ist hier mit dabei und natürlich viel, viel Dekoration hier. Also das wurde richtig, richtig gut umgesetzt. Auch hier die ganzen Dorfeinfahrten. Es fahren Leute, es fahren Leute rum. Es laufen natürlich Leute rum und es fahren Autos rum. Also von dem her schon einmal sehr, sehr gut umgesetzt. Hier haben wir dann die Zuckerfabrik und gegenüber der Zuckerfabrik haben wir die Ein- bzw. Ausfahrt, wie auch immer man es sehen will, zur Biogasanlage. Ist natürlich eine Waage mit verbaut. Wir haben dann hier natürlich auch die Biogasanlage an sich, das Gebäude an sich. Da müssen wir eben einfach die Parzelle kaufen. Dann gehört uns vermutlich auch das Gebäude. Das müsste man dann noch ausprobieren. Wir haben dann hier zwei Keilsilos und wie schon erwähnt eben auf zwei verschiedenen Ebenen aufgebaut. Hier haben wir dann eine Unterstellmöglichkeit noch mit dabei. Also soweit, glaube ich, recht gut umgesetzt. Wir haben dann auch hier bei der Ausfahrt wieder eine Waage, die wir natürlich nutzen können und haben hier das nächste Dorf, das hier mit angesiedelt worden ist. Also was recht schön angesiedelt worden ist. Also wirklich top umgesetzt das Ganze, wenn man hier so durchfliegt beziehungsweise durchfährt, durchgeht, wie auch immer. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber sie sind natürlich verschiedenste Produktionsgebiete beziehungsweise Produktionsgebäude und Abladestellen. Hier haben wir eine kleine Kirche noch mit dabei. Also von dem her wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Man sieht es wirklich recht schön, wenn wir ein bisschen höher fliegen, wie schön das Dorf hier eingeteilt ist. Verschiedene Objekte, die man hier sicherlich noch entdecken kann. Also von dem her wird es einem hier nicht langweilig. Auch hier oben haben wir noch einmal eine Verkaufsstelle. Also die können wir natürlich auch hier passieren. Da haben wir hier drinnen eine Verkaufsstelle, die wir hier nutzen können. Und dann ist hier wieder das Kartenende. Also da haben wir dann überall unsichtbare Wände. Man sieht zwar noch etwas weiter natürlich. Hier haben wir noch die Möglichkeit, dass wir diverse Sachen hier vielleicht platzieren. Aber ansonsten ist hier eben dann Schluss mit der Karte. Ob das Ganze erweitert wird, weiß ich persönlich jetzt nicht. Wir haben hier auf jeden Fall noch einmal einen schönen Forst, der hier mit angelegt worden ist. Also hier auch wunderschöner Weg, wenn man sich hier alleine die Waldwege so anschaut. Also von dem her schon einmal wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Im Wald in den Forstgebieten haben wir so ungefähr um die 40 FPS, wie wir sehen können. Also da ist das Ganze von der Performance her auch recht gut umgesetzt. Jetzt so weit, so gut. Wir haben dann hier noch einmal eben den Fahrzeughändler umbegeben und schön langsam wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, eben zu unserem Haupthof. Und beenden natürlich auch hier wieder die kleine Map-Vorstellung. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch einen kleinen Überblick über die Karte verschaffen. Viele, viele LS-Spieler, die den 19er natürlich schon gespielt haben, auch werden die Karte natürlich kennen. Also es war eine sehr, sehr bekannte Karte und wird natürlich auch im 22er wieder eine sehr, sehr beliebte Karte sein. Wir schauen auch noch ganz kurz in die Lok. Die Lok natürlich, wie wir es angenommen haben, ist fehlerfrei. Also da bekommt man keine Fehler, da kommt es zu keinen Fehlern. Und da werden vermutlich auch keine Fehler auftreten. Sollte es irgendwelche Fehler geben, bitte direkt an den Modder natürlich wenden. Es bringt leider nichts. Wenn ihr es bei mir in die Kommentare schreibt, bitte da mit Fehlern bzw. Verbesserungsvorschlägen direkt an den Modder gehen. Kurzes Fazit eben zur Karte an sich. Der Oldstream Farm für den 22er ist endlich verfügbar. Sie sieht wieder wirklich sehr, sehr gut aus für eine Version 1.0. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir haben viele Produktionsstätten, Abladestellen. Auch der Hof wurde schon sehr, sehr gut eingerichtet. Also wir können hier wirklich gleich ordentlich rein starten. Ansonsten, glaube ich, gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Klare Download-Empfehlung von mir natürlich für diese Karte. Großes Lob und Dank an den Modder, der das hier wirklich in kurzester Zeit hier umgesetzt hat, dass es wirklich so eine tolle Karte für den LS22 jetzt schon gibt. Wenn dir meine kleine Map-Vorstellung hier gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung von dir freuen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall abonnieren bitte. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao. und dann auch noch. Bis zum nächsten Mal. rot